Ein House-in-House-Konzept. Die Maschinen in Halle 14 wurden schon direkt nach der Wende ausgebaut. Was danach von der Halle noch existierte, waren Maschinensockel und Ölgruben. Und von diesem Szenario wollten wir möglichst viel erhalten. Der wunderbar typische Geruch einer Werkshalle ist allerdings verschwunden. Den alten Fußboden mussten wir leider aufgeben. In Teilen ist die Halle noch unterkellert, aber nur im östlichen Hallenschiff A für die Haustechnik. Die Halle steht, wie alle anderen Hallen auf dem Gelände auch, unter Denkmalschutz. Die äußere Hülle durfte deshalb nicht angetastet werden. Wir haben uns für ein House-in-House-Konzept entschieden. Die zwei- und dreigeschossigen Neubaukörper sind als Betonkonstruktionen frei in die Hallenschiffe eingestellt. Sie sind unabhängig von den Wänden der originalen Halle. Der Einzug der beiden inneren Gebäude, der Züge, kann als Reminiszenz an die alte Nutzung verstanden werden. Die neue Nutzung konzentriert sich auf diese beiden Züge. Das Thema Dämmung, vor allem die Innendämmung, haben wir, im Gegensatz zu benachbarten Hallen, anders verstanden. Von vornherein haben wir die Anhaftungen, die Patina, die Oberflächen der Innenwand genauso hochwertig eingestuft wie die äußere Hülle. Das wollten wir von Anfang an erhalten. Von daher schied jede Art von Dämmung aus. Es war also klar, dass wir für die Züge mehrgeschossige Gebäude brauchten, wenn wir um die 4000 Quadratmeter hier einbauen wollten. Von daher schied jede Art von Dämmung aus. Von daher schied jede Art von Dämmung aus.